Freunde der Nacht, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fotomove Lazy Lightroom. Und wie der Name schon sagt, ein bisschen entspannt wollen wir hier Fotos bearbeiten. Und zwar die, die ich aus einem großen Haufen von Bildern für meinen Instagram-Account aussuche. Denn wie ihr wisst, da muss man jeden Tag am besten zwei, drei Bilder hochladen. Und einen Teil davon möchte ich mit euch hier regelmäßig in der Sendung besprechen. Wenn ihr also auch ein bisschen mehr über Auswahl, Bearbeitung und vielleicht auch Instagram-Strategie lernen wollt oder mir auch einfach nur über die Schulter schauen, seid ihr hier genau richtig und los geht's. In den letzten Folgen habe ich Details herausgesucht und möchte da auch noch ein Weilchen bei bleiben. Heute, und ich muss sagen, ich habe heute schon mal ein bisschen vorgelünkert, habe also schon mal geschaut, was noch so im Portfolio ist in der Richtung. Und meine ursprüngliche Idee war, die eigentliche Fotosession, aus der ich mich in den letzten Folgen bedient habe, mal zu wechseln, aber da ist mir ein Foto ins Auge gesprungen, das ich, ich glaube, jetzt unbedingt veröffentlichen möchte, weil es, glaube ich, auch noch ein bisschen klarer macht, worum es mir bei dieser Art von Fotos geht. Ich schalte also mal auf den Bearbeitungsmonitor um und vielleicht, wenn ihr hier die große Auswahl seht, habt ihr schon eine Ahnung, worum es mir geht, nämlich dieses Bild. Ich habe das in einer der letzten Folgen schon mal angedeutet. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, schaut sie euch an, dass es mir nicht um Schönheit oder Makellosigkeit geht und ich auch nicht alles wegretuschieren würde und damit mit meinen Modellen eben auch darüber spreche. Das heißt nicht, das klingt für manche, die ich dann fotografieren möchte, immer ein bisschen erschreckend, dass ich sie hässlich erscheinen lassen möchte. Also da bin ich vielleicht sogar konservativ. Nee, also ich möchte schon, dass die Menschen, die ich fotografiere, sich nachher wohl mit den Bildern fühlen, die ich von ihnen mache. Aber ich bin eben auch auf der anderen Seite nicht bereit, Dinge, die entscheidend sind, zu verändern. Das will ich mal an klassischen Makeln festmachen. Ein Pickel ist temporär, den hat jeder mal und den retuschiere ich auch gerne weg. Insbesondere, wenn ein Modell mir sagt, das habe ich normalerweise nicht oder das stört mich halt auch wirklich total oder was auch immer, dann werde ich das schon entfernen. Aber wenn es zum Beispiel um Narben geht, da sieht das dann eben schon mal anders aus, denn die gehören eben zu uns und zu unserer Körperlichkeit dazu. Ich glaube gar nicht, wie viele Narben ich am Körper habe. Und ja, wir sehen das hier auf dem Bild, das ich für heute ausgewählt habe. Da sehen wir einmal diese große Narbe, die uns da auf den Beinen entgegenprangt. Wir sehen in dem Fall sogar hier einige blaue Flecken, die da auch vorhanden sind. Und es gibt da noch, ja, ich nenne es jetzt mal so drastischere Bilder. Wir sehen auch hier oben noch einen Teil von Narben. Bei denen, glaube ich, man muss sich da nicht gut auskennen. Klar ist, dass die nicht auf, sagen wir mal, natürliche Weise entstanden sind, sondern viele, das ist einfach meine Beobachtung, viele junge Menschen, insbesondere junge Frauen, haben quasi noch als Rest einer wirklich nicht besonders schönen Teenager-Zeit noch Schnittnarben. Ritznarben, sagt man ja auch. Und ja, da steht dann immer meistens eine sehr unschöne Jugendzeit irgendwie hinter, in der eben manche Frust und manche Traurigkeit nicht mehr anders zu verarbeiten war. Meine Erfahrung ist, dass in den meisten Fällen die Modelle diese Narben akzeptiert haben und von sich aus auch gar nicht wünschen, dass man sie abdeckt. Es gibt eher, und das finde ich, muss ich mal sagen, unmöglich, es gibt Fotografen, die das nicht sehen wollen und dann wegschminken oder nachher wegretuschieren, weil sie das für hässlich halten. Das müssen wir vielleicht mal in einer anderen Ausgabe oder in einer Einzelausgabe mal etwas näher beleuchten, aber wir haben auf jeden Fall hier so einen Ausschnitt und ich finde den wirklich wunderschön, der ist sehr, sehr schön im Licht und ich habe jetzt viel geredet, ein bisschen auch, weil auch an diesem Bild werde ich nicht so viel verändern und möchte auch nicht. Das ist so aus der Kamera gekommen, die Belichtung stimmt, wir haben sehr sanftes Tageslicht, das von rechts durch ein Fenster auf die Beine geschieden ist und ich versuche mal so ein bisschen vielleicht am Kontrast noch zu spielen, um selber zu sehen, wie es wirkt. Ich glaube, mit etwas mehr Kontrast können wir da auch tatsächlich noch etwas mehr herausholen, denn selbst wenn ich den Kontrast erhöhe, verschwindet hier ja nichts irgendwie im absoluten Schwarz. Es bleibt ja immer noch relativ ausgewogen. Auch hier, das habe ich bei einem der letzten Bilder auch getan, schaue ich noch, was die Farbigkeit angeht. Das heißt, ich gebe etwas Sonne, also Wärme hinzu, aber nehme einen Teil der Dynamik dann wieder raus, also ein wenig der Farbigkeit raus. So haben wir eine Farbreduziertheit, vor allen Dingen in den hellen Bereichen, aber trotzdem in den Schatten und den Mitteltönen diese schöne sonnige Färbung. Auch hier würde ich jetzt, da brauche ich gar nicht schauen, in der Vignette nichts ändern und hier würde ich auch am Bildausschnitt nichts ändern wollen. Dann wäre die Bearbeitung tatsächlich, was dieses Bild für heute angeht, abgeschlossen. Da brauchen wir auch nicht viel Vergleich machen. Ich habe ja nicht viel gearbeitet. Einmal ohne Bearbeitung und einmal mit. Und doch, das unterscheidet sich stärker, als ich jetzt sogar selber annahme. Einmal ohne und einmal mit. So geht das dann nachher zu Instagram raus. Und ja, ich bin jetzt mal sehr gespannt. Ich sagte, es geht hier ja auch um Strategie, wie solche Bilder ankommen. Man soll ja, das kann ich durchaus auch verstehen, auf sozialen Plattformen gerade Selbstverletzungen eben auch nicht fördern, aber auch nicht verstecken. Ich bin da gespannt. Ich bin auch gespannt, technisch, wie die Auswahl an Text aussieht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel SCAR eingebe, ob SCAR überhaupt erlaubt ist. Da sind die natürlich auch sehr sensibel und zu Recht sensibel, da ja viele, und das ist ja ganz gruselig, sich dann auch vor laufender Kamera selbst verletzen oder dazu auffordern oder das glorifizieren oder sagen, wie toll das ist. Das wäre natürlich auch nicht mein Bestreben. Also ich bin mal gespannt, ob das auch der richtige Ort ist. Können wir mal darüber diskutieren. Wenn ihr da was zu sagen wollt, bitte in die Kommentare unten schreiben, unter dem Video. Dann würde mich mal interessieren, wie ihr tatsächlich zu solchen Bildern steht, zumindest im Zusammenhang mit der Veröffentlichung auf sozialen Medien. Ich bin erstmal pro, aber vielleicht sieht das der ein oder andere ja auch anders. Wer das verfolgen möchte, dem empfehle ich, ich habe es, ich muss es mal zeigen, da unten eingeblendet, da unten eingeblendet ist die entsprechende Instagram-Adresse. Also auf Instagram suchen nach axel-j-scherer und da findet ihr meinen Account, edit mich und wenn ihr wollt, dann schreibt mir da eine kurze Nachricht und sagt, schaut dir doch mal mein Portfolio an, falls ihr auch die darstellenden Künste pflegt. Also falls es was zu sehen gibt, Maler, Grafiker, Fotografen etc. Und vielleicht kann ich dann eure Werke, eure Bilder ja auch mal in der Hauptausgabe Fotomove Live besprechen. Da ist ja immer auch eine Rubrik bei Bildbesprechung, Bildkritik, in der ich eben die Arbeit von unterschiedlichen Künstlern, Fotografen etc. vorstelle. Ja, dann bleibt mir nicht mehr viel, als jetzt hier meiner Arbeit nachzugehen, wenn man so will und die Bilder dann tatsächlich auch hochzuladen, wie immer. Halte die Ohren steif und bleib mir gewogen. Bis zum nächsten Mal.